Ein Garen-Game. Ja, die Teams sind ein bisschen komisch, aber hey. Ich habe überlegt, ob ich jetzt Rankballer, aber ja, keine Ahnung. Ist das denn so? Ja, das ist ein Laner, okay. Dann würde ich doch lieber nach unten gehen. Na gut, gar keiner geht jetzt nach unten. Das war's. Blaine Bord onward Mid turret is under attack Enemy slain Enemy slain Enemy slain Yes Ally slain Danger I stand ready Danger Retreat from the enemy champion It's in by the bot Oh Wieso hab ich eigentlich keine ult Fick dich ey Muss ich mich mit diesem Bullshit hier rumschlagen We fight for those who cannot That is the infamous Oh Ich hab Mich raus geflasht Mich Erreichst du nicht hier Außer die kommt jetzt von unten Aber die kriegt mich auch nicht tot So Mid lane Garen Ich komm halt nicht an sie ran Das ist das Problem Auch Genau Es ist ein Es ist ein Es ist ein Wann Die 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 Jo, wie unfair ist das denn? Wenn sie den Tower angreift, greift sie auch mich dabei an. Die Masse marchen als eine. Die Infame. Die Mitte Turret ist unter attack. Wir kämpfen für diejenigen, die nicht können. Ich werde kämpfen, wie lange ich bin. Die Selly, ey. Ähm, hallo? Folgt einer hier vielleicht auf die Mittellane? Danke. Wie soll man denn Lieben mit einem hohen Ping spielen? Entweder ist er einfach hart scheiße, oder... ...zauberen Sie die Inflation. Die Rift Herald hat gespänt. Die Mitte Turret ist unter attack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er weiß nicht, wo ich bin. Er weiß nicht, wo ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was macht die Ahri da? Gott, ey. Und was macht der Leder? Check ich nicht, ey. Und was? Wie? Wie viel Kills jetzt? Sechs. Okay. So are the strength of Demacia. We fight for those who cannot. Ally slain. Shut down. An ally has reconnected. Middle turret is under attack. On my way. Middle turret is under attack. Turret lost. The infamy. You are on a killing spree. Killing spree. I stand ready. God damn. So are the strength of Demacia. Enemy turret destroyed. Top turret is under attack. Turret destroyed. Top turret is under attack. The dragon. Protect our land. Hmm. That is the infamy. Grand page. Come, rastet nicht zu sehr aus in der Mitte, ey. Ich komme schon. Ich gebe Flash und Ult. Okay, Flash ist raus. Okay, Flash ist raus. Oh, was? Ach, den Nasus kann ich auch nicht anklicken. Oh, ne, irgendwie. Sind jetzt Decks? Sehen oder sowas? Ne, ne? Nasus, ich komme. Nasus, ich komme. Oh, die Ari. Die Ashes ist nämlich voll stark, ey. Auch voll gut. Ich dropp den. Den Botan. Ich schaff den nicht mal. Fuck, ey. Fuck, ey. Okay. Ich bin bereit. Enemies slayen! Enemies slayen! Shutdown! You have been slayen! Allies slayen! Schwierig, schwierig! Aber solange der je hier Split pusht... ... 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 super knapp ey, die Asche ist so stark so stark ey we fight for those who cannot Okay. Ey! Was war das? Fernbedienung, ey! Katzenmami, fertig, ey! Death Timer ist auch noch so lang. Je, mach Party! Der ist so krass gefeedet. 17 zu 3. Hört sich gut an. Ich hab gehört, der Blue Buff. Nein, krieg ich nicht. Wir sind der Vanguard. Idiot! Ich hätte gar nicht gecheckt, dass ich den gekriegt habe. Das war ein Double Kill. Das war ein Diener. Ich hätte gar nicht gecheckt, dass ich den Räubern habe. Nee, schon wieder. Iii, komm. Kurzer Prozess. Da ist dein nächstes Opfer. Da läuft sie. Hier. Da ist sie. Renn. Renn. Uff. 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 Oh, die Ash. Nicht unterschätzen, die Tante. Taptain ist auch weg. Hard carry hier. Die Ash. Demacia marches as danger as well. Okay. Und jetzt macht den Drake. Na gut, immerhin der Elder Dragon. Und tot. Enemy Flames. Double kills. Enemy Flames. Triple kills. Killing spree. Quadra kills. Rampage. I build in Penta. A Christian A. Unstoppable. Allies slain. Shutdown. Ace. Show the strength of Demacia. Demacia marches as one. Nimm den erstmal alles. Oh shiiiit. Turret lost. Scrum. Trot quickly. Our last. Allie slain. You have slain an enemy. You have been slain. erst gegen mich ist ein guter tausch ich habe das Ding ich habe das Ding ich habe das Ding Wir sind die Vanguards! Wir sind die Vanguards! Wir sind die Welt! Du hast einen Schwenk gewählt! Ich will fight so lange wie ich bin! Du hast ein Schwenk gewählt! Du hast ein Schwenk gewählt! So, Digi! Was jetzt mit dem Je? Und das ist ein Schwenk gewählt! Jetzt gibt es das Schwenk gewählt! Ich bin bereit! Es ist laut. Ich habe den Igniter, der Bindert. Wo ist die hin? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Nexus ist unter attack. Enemies slain. Fort onward. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Ashes ist unten. Es ist recht entspannt dann, wenn der Yelous legt. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich habe 5000 Gold. Oh, Alter. Das ging ja fix. Nur noch ein Auto-Attack. Die Evelyn muss noch irgendwo auftauchen. Fuck, man. Die Evelyn muss noch ein Auto-Attack. Die Evelyn muss noch ein Auto-Attack. Oh, er beendet es für uns vielleicht. Yes! Oh, danke, ey. Da haben die Gegner die Nerven verloren, als sie den Nexus so angeknuspert gesehen haben. Ach du Scheiße. Ha! Dankeschön. Der Rest kann mich mal. 0,12. Krass. Krass, krass. Ja, die Gegner haben halt auch. Na gut. Level ab. Schön. Schauen wir mal, was haben wir hier erledigt. Dich haben wir erledigt. Was ist denn? Leggy? Ja. Okay. Hier noch zwei Mage-Champ. Jetzt muss ich noch mit einem Ezreal oder so gewinnen. Das ist okay. ein Drake und dann noch eine Mission, eine die kommt. Was ist das? Das ist ein Windboost. Das ist okay. Ja, dann war's. Ja, dann war's das erstmal. Ich blanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und das war ein nervenaufreibendes, sehr knappes Garant-Spiel. Mit 24 HP hatte der Nexus, ey. Pah. Und dann dachten die sich, ja okay, 24 HP ist ein Auto-Tag. Pushen wir einfach mal rein. Und dann haben sie einfach je übersehen. Je hat die Evelyn gekillt. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.